Unter dem Motto An Kinderdenken, Freude schenken, fand am Freitagnachmittag die diesjährige Kinderweihnachtsfeier im DVV-Saal statt. Mit dieser Veranstaltung richten sich die Organisatoren die Projektinitiative Wir mit Euch, mit dem Vorsitzenden Klaus Zimmermann, der DGB Stadtverband Dessau-Roslau, mit dem Stadtverbandsvorsitzenden Peter Anton, sowie einige Stadträtinnen und Stadträte aus Dessau-Roslau an Kinder aus bedürftigen Familien. Vor allem will man Familien mit Kindern im Alter von zwei bis zwölf Jahren erreichen, die von Hartz IV betroffen sind. Warum man sich mit dieser Veranstaltung so viel Mühe gibt, erklärte uns Heidemarie Ehlert. Weil wir denken, dass wir mit dieser Weihnachtsfeier etwas für die bedürftigen Familien machen wollen. Sie sehen ja, Spielzeugsammlungen waren so umfangreich, dass wir eben den Kindern auch was bieten können. Wenn man am Freitag in all die freudigen Kinderaugen blickte, wusste man, dass sich die Anstrengungen der Organisatoren gelohnt hatten. Alle waren begeistert über die kostenlosen Gaben, wie zum Beispiel Plüschtiere, Spielzeug, Bücher, Brettspiele, Schals und Mützen. Natürlich fehlte auch etwas Süßes nicht. Möglich wurde dies nur durch die Bereitstellung finanzieller Mittel seitens der DGB Dessau-Roslau und einiger privater Spender. Heidemarie Ehlert erläuterte uns im Interview außerdem, wie man den Nachmittag durch ein Programm abrundete, anstatt nur eine simple Übergabe der Geschenke durchzuführen. Wir hatten einmal die Tanzgruppe Showtime und hatten den ersten Tanzclub von Dessau hier und hatten ein russisches Märchen zu bieten. Und dann haben für die musikalische Umrahmung die Stadträtin Frau Dammann von der FDP gesorgt und der Herr Klaus Zimmermann von dem Bündnis der Bürgerliste Liberalen. Die haben hier schön Weihnachtslieder mit den Kindern gesungen und dann natürlich der Weihnachtsmann. Mit der diesjährigen Veranstaltung war man zufrieden. Allerdings hätte sich Heidemarie Ehlert mehr Resonanz erhofft, da die Bedürftigkeit in Dessau-Roslau sehr hoch sei und man weit über 100 Einladungen verschickt hatte in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter und dem Sozialamt. Obwohl die Planungen für die Feier anstrengend sind, will sie weitermachen und hofft auf ein zahlreiches Erscheinen bei der nächsten Veranstaltung. Denn strahlende Kinderaugen sind für sie der schönste Dank.